Daggys Festival-Tour ist es Abzocke. Fein, Daggys Festival-Tour ist es Abzocke. Bruder, Satzzeichen sind nicht da. Hallo Freunde der Partys, was ist euer Festival-Highlight für das Jahr 2020? Ist es Tomorrowland? Ist es das Splash? Ist es Rock anbringen? Nein, meine F... Oder ist es seine Kamera, die gerade komplett unscharf ist? Oder? Kurz die Ehre. Freunde, es ist die Daggys Pop-Up-Tour Festival-Tour 2020. Oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Das Ganze steht selbst bei den Fans und der Kritik, die von Abzocke sprechen. Jetzt ist natürlich die Frage, Bruder, was sag ich dazu? Ist das wirklich eine Abzocke oder kann man da hingehen? Ist es KuchenTV-approved oder nicht? Here comes the money. Money, 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 money. Leute, ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, ich shoppe gerne. Egal ob Hugo Boss, Lacoste, Apple, Steuerschulden... Ja, kümmere ich mich später drum. Das Ganze ist natürlich auf Dauer relativ teuer und deswegen gibt es Cashback-Seiten wie Lettyshop. Oh nein, er macht, alles klar, Cashback-Seiten, er macht eine Produktplatzierung. KurenTV. Da nimmt ihr das ganze Cash mit. Irgendwas vorhanden. Ihr habt kaum Aufwand, weil ihr könnt doch einfach kurz über Lettyshops und dann zur Webseite gehen. Außerdem spart ihr damit wirklich gutes Geld, was ihr euch dann per Banküberweisung oder Paypal auszahlen lassen könnt. Hä? Daggi hat vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen, wo sie diese Tour ankündigt. Das Ganze findet unter dem passenden Motto Racing statt. Ich weiß, viele von euch werden sich jetzt fragen, hä, warum macht der eine Beauty-U... Leute, habt ihr schon das Video gesehen eigentlich? Wir hatten das, glaube ich, haben wir das sogar schon zusammen angeguckt? Also Daggi B hat es einfach mal geschafft, keine Videos rauszudroppen. Und ja, dann kam natürlich Dezember und Daggi B hat sich gedacht, weißt du was? Jetzt mache ich ein Video, eine Produktplatzierung und sage, yo, hier, also ich mache eine Tour und kommen bitte alle vorbei. Ihr könnt ja auch gerne, so ein Ticket für die Tour könnt ihr euch auch gerne von euren Eltern schenken lassen. Weil das ist ja immer was Tolles, da werden sich die kleinen Kinder freuen. So ungefähr ist es abgelaufen und ja, dafür ist es nicht wieder gut genug, dafür ein Video zu machen, aber ansonsten scheißt sie halt wirklich komplett auf ihre Zuschauer. Respekt. YouTuberin, eine Tour unter dem Motto Racing. Ich kann es euch ehrlich gesagt auch nicht beantworten, aber zufälligerweise trägt sie einen Anzug von Mercedes und Mercedes ist auf ihrer Seite auch ein Partner von Daggi. Ein Schelm, wer da Böses denkt. In insgesamt acht Städten findet die Tour statt. In einigen Städten gibt es auch doppelte Auftritte, weil man anscheinend hofft, dass da sehr viele Leute hingehen. Und schon bei den Tour-Daten in ihren Videos muss man sich wirklich die Frage stellen, guckst du dir den Schrott überhaupt an, bevor du das hochlädst? Bei den Tour-Daten findet ein Auftritt in Köln erst 20.020 statt. Unten links ist... Uh. Oh, im Wiseman. Ich schätze mal, da steht im Wiseman. 14. April, ja, nice, nice. Aber das ist halt wirklich so. Wobei, da guckt man immer nie so drauf. Also, wenn ich mir so ein Video angucke, denke ich mir, ich möchte einfach nur wegklicken. Einfach nur ganz schnell wegklicken. Aber ich schaffe es meistens nicht. Ja, das ist halt wirklich lust, ne? Nicht da drüber zu gucken. Aber lustiger wäre es eigentlich gewesen, einen Link falsch zu setzen. Schade, dass da... Da wurde halt wieder kein Fehler gemacht. Ich hätte den Link irgendwie falsch geschrieben. Es ist einfach überhaupt gar keine Stadt angegeben. Und oben rechts darf ihn einfach bei drei Auftritten die Jahreszahl. Wie kann sowas passieren? Guckst du dir das nicht vorher an, bevor man sowas hochlädt oder was? Außerdem finde ich es auch ein bisschen dreist, Karten 18.000 Jahre im Vorfeld zu verkaufen. Das Video an sich ist dazu auch irgendwie unheimlich cringe. Ich meine, zwei Drittel der Zeit läuft sie einfach behindert rum und schwenkt mit ihrer Fahne. Oh, oh, läuft sie behindert rum. Leute, wir wissen auf jeden Fall, was dieses Video hinausläuft. Tja, LieferkuchenTV, nächste Anklage ist am Start. Wir kennen es da bei Ducky. Ah, du hast eine Fahne. Herzlichen Glückwunsch dafür. Dazu besteht das Video zwar komplett aus Werbung, aber Dauerwerbesendungen oder Werbung sucht man in dem Video, um ehrlich zu sein, vergeblich. Vielleicht könnte man das ja melden. Vielleicht. Aber die Frage, die wir uns alle stellen, ist doch eigentlich, was für eine unglaublich heftige Bühnenshow wird die talentierte Duggie B uns da wieder präsentieren. Naja, laut eigener Aussage gibt es auf jeden Fall Musik-Acts. Dann gibt es noch von Duggie auf der Bühne ein Q&A, Make-up-Tutorials und mehr sagt sie dazu nicht. Was ich übrigens auch feiere, Make-up-Tutorials. Leute, wir gucken mal ganz kurz zu Duggie B. Jetzt würde es mich mal interessieren. Sie hat in der Zeit hier, keine Ahnung, vielleicht hat das irgendwas mal mit Beauty zu tun. Sie hat in der Zeit fast nie oder generell nie Beauty-Videos mehr gemacht. Aber stimmt, die Dezember-Zeit ist da, Leute. Wir machen natürlich auch dort Make-up-Content, dementsprechend, Leute. Leute, das lohnt sich, dort hinzugehen. Da kann sie bestimmt doch so, ich weiß nicht, ob die so eine Palette hat, ob die irgendwie sowas verkauft. Aber vielleicht verkauft die dort auch noch so ein bisschen Schmink oder so einen Spaß. Sie guckt dann einfach noch so in die Kamera und macht so und geht weg. Alter, das ist so ekelhaft. Fragend. Ich weiß nicht, ob sie von ihren Zuschauern möchte, dass sie Beispiele kriegt, was man auf einer Bühne machen kann oder ob es einfach nichts anderes gibt und das einfach noch mehr aussehen soll. Aber das ist schon ziemlich dreist auf jeden Fall. Sie hat eine eigene Make-up-Marke, okay. Okay, naja, gut, das ist natürlich... Ja, ich meine, die macht das schon schlau. Die macht das schlau, aber man sieht halt auch wieder, dass es nur das Geld deswegen ist. Guck mal, die macht jetzt gerade nur Videos, weil es ist halt Dezember, gibt halt gutes Geld. Sie macht dann halt nur das Video, damit die Kinder sich das noch zu Weihnachten wünschen. All das und noch mehr. Musik an sich hat natürlich niemand irgendwas. Ich meine, die Frage ist, wer tritt da denn jetzt bitte auf? Das wird nämlich einfach gar nicht gesagt. Gibt es da wirklich richtige Musik-Acts, die da auftreten oder sind das irgendwelche Billo-Musiker oder irgend so ein DJ, der da den ganzen Tag irgendwelche Partymusik abspielt? Man weiß es halt einfach nicht. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, eher das Zweite. Dann ist eine Bühnenshow, bestehend aus Make-up-Tutorials und Fragen beantworten, doch auch einfach massiv langweilig. Ich meine, Dagi steht auf der Bühne und 100 Leute stehen da drum rum und dürfen dann Fragen stellen und sie beantwortet die dann. Wow, also das ist ja das spannendste Festival, was... Stell euch mal vor, da hat niemand eine Frage. Stell euch das mal vor, wie langweilig wird denn das? Da muss sie dann selber unterhalten. Oder sie geht dann von der Bühne und der DJ spielt dann die ganze Zeit Musik ab. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es eine richtig langweilige Kacke wird. Was es jemals auf diesem Planeten gegeben hat, oder nicht? Wie langweilig und unkreativ kann eine Bühnenshow bitte geplant werden? Ich meine, natürlich haben wir es noch nicht gesehen, aber nach dem, was man aus ihrem Video weiß, da hat doch normalerweise keiner Bock hinzugehen. Ich meine, du machst doch Challenges. Warum suchst du dir nicht YouTuber, gehst mit denen auf die Bühne und machst da irgendwelche lustigen oder verrückten Challenges? Könnte man halt machen. Oder man beantwortet die ganze Zeit nur Fragen. Meine persönliche Meinung ist, ich finde, Dagi B hat kein Talent dafür, auf einer Bühne zu bestehen. Und das meine ich auch gar nicht böse. Kann sein, dass sie in Videos unterhalten kann. Da sage ich auch gar nichts gegen. Ist ja in Ordnung, wenn ihr die Videos cool findet. Ja, wobei, das finde ich jetzt wieder schwierig. Ich muss sagen, das finde ich jetzt schwierig zu sagen, weil er weiß ja nicht, wie es ist. Oder wie es hier so ist, auf einer Bühne. Kann auch sein, das ist ein übelstes Bühnentier, was so richtig krass da reden kann. Was am besten noch im Freestyle-Rap rausballert. Weißt du nicht. Kannst du jetzt nicht sagen. Deswegen will ich mich dazu gar nicht mehr teuer sagen, außer, dass man da nur spekulieren kann, wie was es findet. Aber das, was auf YouTube läuft und was da leichte Unterhaltung ist, wie zum Beispiel halt so Q&A-Videos oder Schmink-Tutorials, das ist nun mal nicht der Content, den man normalerweise auf einer Bühne aufführt und was dann auch wirklich für die Zuschauer spannend ist. Das Ganze kann man sich jetzt einfach sparen, weil es nicht kompatibel ist. Aber das war es ja auch noch gar nicht. Wahrscheinlich kann man sich auf der Tour, zumindest bin ich mir nicht sicher, aber ich meine das rausgehört zu haben, kann man sich schminken und stylen lassen. Außerdem kann man sich Sachen personalisieren. Was auch immer das heißen mag. Wie gesagt, in dem Video gibt es halt so gut wie keine Informationen, die richtig rüberkommen. Ja, Sachen personalisieren würde jetzt heißen, ich gehe jetzt an den Stand, dort ist zum Beispiel, dort wird Schmuck verkauft. Und in den Schmuck wird zum Beispiel personalisiert, wird doch dein Name eingraviert, live vor Ort. Das ist für mich personalisieren, dass man sieht, ja, das ist dein, also das ist jetzt meins. Da steht Alpha Kevin drauf. Weißt du? Das würde ich mir jetzt darunter vorstellen, weil das ist ja letztendlich personalisieren. Aber keine Ahnung, wie sie sich das vorstellt. Man hätte da gerne mal mehr Infos gewusst, definitiv. Jetzt denken sich wahrscheinlich viele, boah, das klingt ja wirklich richtig langweilig, also dafür wird doch keiner Geld ausgeben, oder? Wahrscheinlich werden da tatsächlich Leute hingehen. Aber das war es ja auch noch gar nicht. Diese Tour findet nämlich an den meisten Orten dreimal am Tag statt, immer für drei Stunden. Vielen Dank für den Follow, Fritz. Man kauft sich also ein Ticket. Ich würde auch gerne ein Follow da lassen, ne? Wer jetzt hier neu dabei ist, kuss geht raus an jeden, der das macht. Und kann da halt drei Stunden sein. Und jetzt macht euch mal auf den Preis gefasst. Das Ganze kostet 34,90 Euro für drei Stunden wohlgemerkt. Vor allem, da... Ja, muss ich aber sagen, finde ich jetzt nicht mal so schlimm. Also, ähm, ich bin jetzt kein großer Fan halt von solchen Acts, ne? Von solchen Showgigs, die dort, äh, live passieren. Äh, CSGO, wir haben heute nicht mehr spielen, Bruder. Äh, bin ich jetzt kein großer Fan, ne? Muss ich selber sagen, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel Musikshows oder so angucken. Musikshows, zwei Stunden oder so, kosten 40 Euro heutzutage. 30, 40 Euro definitiv. Wenn nicht sogar manchmal noch mehr. Hier ist es drei Stunden. Du weißt jetzt nicht, inwiefern die Unterhaltung ist. Aber 35 Euro ist man noch, äh, legitim, sag ich mal. ...darf mit diesem Ticket auch wirklich nur eine Person auf dieses Festival. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die zehnjährige Laura mit ihrer Mutter dahin will, dann müssen sie sich einfach zwei Tickets kaufen. Und dann kostet das Ganze schon 60 Euro. Aber das war's jetzt ab gar nicht. Es gibt dazu noch ein Meet & Greet Ticket. Und das kostet dann auch keine 34,90 mehr, sondern 49,90. Man zahlt also einen Aufpreis von 15 Euro, um Dagi Bee und in ihrem Video sagt sie, andere Leute zu treffen. Wer diese anderen Leute sind, keine Ahnung, das... Ja, bestimmt ihr Freund. Hier, äh, wie heißt, wie heißt der Typ wieder? Eugen. Ja, das ist bestimmt noch der Eugen. Das war's dann auch. Nee, keine Ahnung, ich find das auch. Also, nochmal 15 Euro mehr, damit ich die große Dagi Bee mal kurz treffen kann. Ist schon eine starke Sache. Ja, ich bin, ich bin ehrlich. Ich find's ja, was ist immer so die reinste Cringe-Veranstaltung. Was halt nur, wo halt nur wirklich kleine Kiddies hingehen. Und mehr nicht. Und ich weiß auch nicht, welche Eltern sagen, ja, also, 15 Euro natürlich, das ist mir wert, dass mein Kind die allerkrasseste Dagi Bee sieht. Das wird halt wieder nicht gesagt, wahrscheinlich ist halt nicht jeder YouTuber in jeder Stadt dabei. Und deswegen kann sie da keine Auskunft geben. Aber das heißt ja, ich kaufe mir ein Ticket und weiß außer Dagi Bee gar nicht, wen ich da treffen könnte. Und dafür verlangt sie 15 Euro. Digga, das ist doch einfach nur noch dreist. Vor allem kostet dieses Ticket dann noch einfach 15 Euro die Stunde. Ich mein, das muss man sich mal überlegen, das verdienen wahrscheinlich teilweise die Eltern nicht mal in der Stunde. Außerdem weiß man auch gar nicht, was dieses Meet & Greet Ticket wirklich beinhaltet. Heißt das wirklich, dass du einfach nur kurz ein Foto mit dem hast und dann halt wieder gehst? Oder darfst du mit denen im Backstage ein bisschen chillen, einen trinken, einen Orangensaft oder so? Leute, gebt mir lieber die 15 Euro. Da können wir auch ein Einzelgespräch führen, Leute. So, also auch David, da gibt es gar keine Informationen. Kommt einfach zu Gamescom das. Dann können wir schnacken. Du weißt einfach nicht, wofür du das Geld im Endeffekt ausgeben wirst. Die Preise sind für ein 3-Stunden-Festival halt wirklich mehr als übertrieben. Vor allem da zumindest nach ihrem Video wirklich so gut wie gar nichts geboten wird. Vor allem stellt sich für mich halt auch die Frage, was ist denn, wenn ich kein Meet & Greet Ticket habe? Habe ich dann gar keine Möglichkeiten, ein Foto mit da Gebiet zu bekommen? Oder wie ist das Ganze? Es wird halt auch nicht erzählt. Dann könnte ich mir halt einfach nur die Bühnenshow angucken. Wahrscheinlich kann ich mich stylen lassen. Da kann ich mir noch... Wobei, da muss ich halt sagen, gut, wenn es jetzt danach geht, also jetzt wirklich, wenn man da jetzt sonst keine Fotos machen kann mit der, dann finde ich es eine übelste Abzocke. Dann finde ich jetzt Real Talk eine richtig krasse Abzocke. Ich war zum Beispiel jetzt vor kurzem erst auf einem Kollegakonzert, Monument-Tour. Also ich muss sagen, das Album Monument höre ich mir zum Beispiel fast gar nicht an. Also jetzt ist ja Boss Aura 2 rausgekommen. Übertrieben geiles Album. Das höre ich mir zum Beispiel richtig gerne an und werde ich mir auch in Zukunft noch gerne anhören. Aber zum Beispiel da, also zwei Stunden lang rappt er. Ohne Scheiße, das ist wirklich krass. Denn fast jedes Lied, was er gerappt hat, war Double Time. Also das war Unterhaltung pur. Das war echt krass. Also war wirklich krass gemacht. So Respekt nochmal dafür. Weil da waren halt kaum Lieder von dem Monument-Album, sondern richtig viele Lieder, die halt so Oldschool-mäßig sind, weißt du? Die man einfach am Blut hat. Das waren auch die guten Schinken, sag ich mal. Ja und dann danach hat er sich noch die Zeit genommen, hat halt noch mit jedem dort ein Bild gemacht. Also ich, ich wollte dann los. So ich hatte, habe jetzt nicht das Bedürfnis unbedingt noch ein Bild mit dem Überboss zu machen. Habe ich Boss Aura 2 gesagt, ich meine Alpha-Gene 2. Sorry mein Bruder. Ja, aber weißt du, das dauert ja auch nochmal locker eine Stunde. Nochmal mit den Leuten dort Bilder machen, nochmal reden und so. Und da kommst du auch auf deine drei Stunden. Letztendlich ist das auch die Unterhaltung. Ja, also da finde ich dann, also 50 Euro ist definitiv viel zu sehr übertrieben. Und 35 Euro wäre auch viel zu übertrieben, wenn ich dann nicht mal ein Bild mit der machen dürfte. Also das wäre schwach. ...teure Merch kaufen und das war's. Und dafür habe ich dann 35 Euro ausgegeben. Ja super Dagi, das ist ja wirklich fair. Das Lustige ist ja, dass Dagi für dieses 3-Stunden-Festival jeweils 11 Euro pro Stunde haben möchte. Ich habe jetzt einfach mal bei anderen Festivals nachgerechnet, wie viel die so pro Stunde haben wollen. Beim Tomorrowland zahlt man für drei Tage 281 Euro. Das sind 3,90 Euro pro Stunde auf dem Festival. Beim Splash zahlt man für drei Tage 140 Euro. Okay, plus 10 Euro Müllpfand, aber die... Ja gut, also er vergleicht gerade eben Festivals mit einem Show-Gig. Also ja, nee, du kannst auch keine Festivals mit einem Konzert vergleichen. Das ist nun mal was anderes. Bei einem Festival, da ist nicht die ganze Zeit dein Lieblingsmusiker oder dein Lieblingsproduzent oder so am Start. Deswegen, du bezahlst ja eigentlich extra Geld dafür, dass du den halt unterstützt. Und nicht hier alle oder das ganze Festival damit unterstützt. Also das muss ich wieder was anderes. Ach, Dagi nennt das aber Festival. Ja gut, ja, ja. Aber drei Stunden für einen Auftritt kannst du eigentlich nicht Festival nennen. Für mich ist es ein Festival, es geht über Tage. Und würde das dann 10 Euro pro Stunde sein oder 11 Euro pro Stunde sein, dann würde so ein Festival dann halt, warte, mal drei, ja, 600, 700 Euro kosten. Aber mal ganz entspannt. Das sind 1,90 Euro pro Stunde. Und da hat man meistens noch so einen Campingplatz mit drin. Das sind halt wirklich richtige Festivals mit richtigen Acts, wo man richtig feiern und abgehen kann. Natürlich sind diese Festivals nicht für Kinder gemacht, aber das spricht meiner Meinung nach sogar noch eher gegen Dagi. Denn das Ding ist, dass Leute, die erwachsen sind und zu solchen Festivals gehen, halt schon die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Die 10-jährige Laura hat das nicht. Die muss sich das von den Eltern bezahlen lassen, die sich auch noch einen Ticket holen müssen, um da mit hingehen zu können. Es ist klar, dass sie damit Gewinn machen möchte. Und es ist auch klar, dass das Splash oder das Tomorrowland die Karten natürlich günstiger anbieten kann, wenn da halt tausende Leute kommen. Aber das rechtfertigt immer noch nicht diesen komplett überteuerten Preis. Niemand sagt, dass sie nur 5 Euro oder sowas pro Karte nehmen muss. Aber 15, 20 oder vielleicht auch noch 25 hätten auch gereicht. Aber 35 ist für das, was man da zum Stand jetzt geboten bekommt, einfach absolut überteuert. Und das wollte ich einfach mal im Vergleich zu richtigen Festivals setzen. Selbst das Bibi und Tina Konzert kostet einfach nur bei den billigsten Sitzplätzen 31 Euro. Man weiß auch nicht die Hintergrundinformationen, was sie dort alles macht, was sie alles bezahlen muss. Weil letztendlich muss ich das natürlich auch alles rechnen. Also ich persönlich bin auch so der Meinung, es ist viel zu überteuert 50 Euro. Aber 35 Euro sehe ich jetzt noch nicht so das übergroße Problem. Ich sehe da bloß ein großes Problem drin, wenn die da noch nicht mal Bilder machen dürften mit der. Da muss man ja dazu sagen, dass die Kids da wirklich was geboten bekommen. Das ist ja ein richtiges Konzert mit richtigen Musikern, Schauspielern, die da wirklich eine Show bieten. Das Meet & Greet Ticket kostet da übrigens nur 10 Euro mehr und nicht 15, wo die Leute dann halt Bibi und Tina treffen können. Das Ganze ist halt viel, viel fairer als das, was Dagi Bide anbietet. Retro-Goss können wir machen. Obwohl sie genauso junge Zuschauer hat. Dagi B hatte 2015 auch schon mal eine Show in Gießen. Da war sie halt ungelogen 40 Sekunden auf der Bühne. Und hat gegossen. Hat kurz Hallo gesagt, meinte, jo, ich gehe dann jetzt wieder runter, ich mache da vorne Fotos und gebe Autogramme. Und das war's. Das war auch schon eine reine Abzocke. Und wenn die Tour da wieder genauso wird, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass das Ganze wieder ziemlich krass kritisiert wird. Das war halt wirklich einfach ein Fantreffen gegen Eintritt. Wann gab es sowas mal? Alleine von den letzten zwölf Videos, die sie hochgeladen hat, waren sechs Stück Werbung. Das an sich ist ja auch gar nicht schlimm, dass man mal... Vor allem fünfmal Werbung hintereinander. Sechsmal Werbung in sieben Videos ist dann halt schon wirklich, muss man sagen, ist eine stabile Sache. Also Respekt dafür. Und für seine eigene Marke oder sonst irgendwas macht. Aber es kommt bei den Zuschauern halt einfach nicht sympathisch rüber. Sie verspielt sich einfach komplett ihre Sympathie. Und das ist halt genau der Grund, warum sie überhaupt so ein Lifestyle hat, den sie halt jetzt hat. Deine ganzen Produkte, die du bisher rausgebracht hast, vollkommen egal, ob Kleidung oder Make-up, sind nach richtig vielen Indizien, die man gesammelt hat, einfach abgekupfert von anderen. Das heißt, die Sachen werden nicht gekauft, weil sie einzigartig und toll sind, sondern einfach nur, weil da Dagi Bee draufsteht. Du machst hier einfach selber deine Marke kaputt, indem du deine Zuschauer einfach wieder mal wie Müll behandelst, sie abzockst und einfach übertriebene Summen von ihnen einnehmen willst. Warum kannst du dieses Festival nicht ein bisschen günstiger machen? Wie kommst du auf 35 beziehungsweise 50 Euro? Ich meine, du verkaufst doch da sogar noch dein Merch. Und ich wette, drei Viertel der Zuschauer mal mindestens werden sich doch irgendwas holen. Oh Lukas, finde ich auch. Ich finde auch, Kuneform macht da nice Videos. Das macht mir schon Spaß, zu sich heute... Ich muss allerdings hier sagen, ist die Qualität halt wirklich für den Arsch. Aber ich glaube, seine Kamera hat er nicht ganz mitgemacht oder hat eine andere Kamera genommen. Das Ganze billiger anbietet. Das ist doch einfach nur eine Abzocke von den Fans, was du da machst. Ich meine, guckt euch das Video mal an. Es wird gefühlt gar nichts geboten. Man weiß nichts, aber dann 50 Euro verlangen, damit man dich treffen darf und drei Stunden zuschauen darf, wie du Fragen beantwortest oder was. Naja, auf jeden Fall bin ich auch am Überlegen, in einer Stadt am Start zu sein. Da würde ich mir dann sogar das Meet & Greet Ticket holen. Nicht, um da irgendwie Stress zu machen oder so, sondern einfach, damit ich mir mal ein eigenes Bild machen kann, wie... Alter, das wäre nice. Und ich... Also ich bin jetzt zwar... Ehrlich, ich würde es mega feiern, wenn KurenTV dorthin geht, das Ganze auch filmt, weil... Ey, jetzt auch nicht scheiße. Ich stelle mir das so vor. Dagi Bee ist auf der Bühne. Kinder stehen um sie rum, sag ich mal, ne? Ganz viele Kinder. KurenTV, der ist 1,90m groß. KurenTV, der ist so groß und die ganzen Kinder sind so klein, weißt du? Und man sieht aus der ganzen Masse. Das ist wie, wenn der Gras, wenn der ganz, ganz kleines Gras ist und auf einmal wächst so, was weiß ich, eine richtig fette Oschi-Blume. Ungefähr so sieht das dann bei KurenTV aus. Würde mich mal mega freuen, wenn er das machen könnte. Zu geil, ohne Scheiß. Also, KurenTV, mach das bitte. Ich unterstütze dich dahingehend gern. Nicht? Mach deinen Zögern auf jeden Fall. Ja, äh, also... Oh, ist auf jeden Fall eine coole Idee. Wäre ich auch dafür. Sehr, sehr nice.